Und das ist etwas, wo der Gasgrill tatsächlich einem Holzkohlegrill erstmal ein Stück weit unterlegen scheint. Und an der Deckeltemperatur kann man erkennen, ob der Grill ein guter Grill ist oder ein schlechter Grill ist. Und dann werden wir jetzt mal zwei Steaks auf dem Gasgrill und auf dem Holzkohlegrill vergrillen. Und dann sagt einfach mal mein Team hier, ob sie einen Unterschied herausschmecken. Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Great. Heute geht es um ein kontroverses Thema, denn ich erkläre euch, warum das Deckelthermometer gar kein Schätzeisen ist, sondern viel genauer als alle das meinen. Es geht generell um die Temperaturen in eurem Grill. Warum sind die denn so unterschiedlich, wenn das Thermometer am Deckel so genau ist? Warum habe ich am Rost eine ganz andere Temperatur? Was für Arten von Temperaturen haben wir überhaupt in unserem Grill? Ist die Temperatur am Deckel wirklich höher als am Rost selbst? Und gibt es Unterschiede dabei zwischen einem Gasgrill und einem Holzkohlegrill? All das und noch viel mehr in diesem Video. Los geht's! Bevor das Video startet, eine kleine Bitte, denn ich weiß, es gibt hier bereits verfestigte Meinungen. Es gibt so eine allgemeingültige Meinung, die immer vertreten wird in allen Gruppen und Foren. Und ich möchte mich jetzt hier nicht als Besserwisser darstellen, sondern ich möchte euch einfach zeigen, was ich vielleicht meine zu wissen und was ich euch zeigen kann und vielleicht damit auch belegen oder sogar beweisen kann. Und ihr könnt eure Meinung dann entsprechend anpassen oder auch nicht anpassen und wir können sachlich in den Kommentaren über dieses Thema dann diskutieren. Bitte sachlich bleiben, ich weiß, dass das in meiner Community ganz gut funktioniert. Und wenn ihr Bock drauf habt, das zu machen, lasst gerne einen Kommentar da, schreibt eure Meinung dazu. Und wenn euch das Video gefällt und ihr auch ein paar leckere Rezepte, Reviews, Tricks, Tipps und so weiter rund ums Thema Grillen sehen wollt, dann lasst doch gerne auch ein Abo da und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Jetzt geht's los! Starten wir mit Kapitel Nummer 1, dem Deckelthermometer. Hier wird immer gesagt, das Deckelthermometer sei ein Schätzeisen, also es wäre überhaupt nicht genau. Es könnte 20, 30, 40 Grad oder vielleicht sogar noch mehr von der realen Temperatur abweichen. Und stimmt das nicht ganz, denn das, was das Deckelthermometer misst, das ist korrekt, das ist ziemlich genau. Das werde ich euch gleich einmal beweisen. Aber wir haben unterschiedliche Temperaturen in unserem Grill. Bevor wir darauf aber kommen, zeige ich euch einmal, warum so ein Deckelthermometer sehr genau ist. Und wir werden das Deckelthermometer hier von unserem Rösle mal ausbauen, von unserem Rösle-Kugelgrill, also Gasgrill und Kugelgrill. Dann einmal von noch zwei anderen Gasgrills. Und alle vier Thermometer werden wir dann mal miteinander vergleichen und schauen, wie genau die sind. Unser Test zeigt jetzt, dass bei drei Thermometern die Temperatur ziemlich genau erfasst wurde. Nämlich um so plus minus maximal 5 Grad Abweichung. Also zwischen 95 und 105 Grad haben wir das jetzt hier beim kochenden Wasser. Ich habe es einmal nachgemessen mit meinem Thermo-Pro. Da sind wir bei 99,9 Grad Celsius. Bei 100 Grad geht es in Dampf über. Das können wir natürlich nicht messen. Also 99,9 Grad sind wirklich exakt die Temperatur, die das hier haben sollte. Unsere Thermometer zeigen so, eins zeigt wirklich exakt 100 an. Eins zeigt so 100, ich würde mal sagen 102, 101, 102. Vielleicht auch 103, so genau kann man das auf so einem Thermometer nicht ablesen. Eins zeigt vielleicht eher Richtung 105. Auf dem Weg dahin haben die noch hin und wieder mal 95 Grad gezeigt. Aber jetzt, wo es beim kochenden Wasser wirklich schon zwei, drei Minuten kocht, sind alle sehr, sehr genau. Ein Thermometer jedoch weicht maßlos von den 100 Grad ab. Nämlich das zeigt so gute 130 eher Richtung 140 Grad Celsius an. Das haben wir natürlich nicht hier und das ist ein eindeutiger Fehler. Ob das jetzt grundsätzlich bei diesen Thermometern so ist oder ob dieses Thermometer einfach einen Schaden hat, das weiß ich jetzt nicht, aber da kann ich euch den ersten Tipp mitgeben. Und zwar, wenn ihr die Temperatur eures Deckelthermometers anzweifelt, macht exakt diesen Test. Schaut, ob es circa 100 Grad anzeigt und dann wisst ihr, hat es eine leichte Abweichung nach oben oder nach unten. Und normalerweise sollte diese Abweichung bei unter 5 Prozent liegen. Liegt sie da drüber, würde ich dem Hersteller einmal schreiben und mir ein neues Thermometer zuschicken lassen. Sollte das immer noch abweichen, dann verbaut der Hersteller tatsächlich ein sehr schlechtes Thermometer. Daher kommt jetzt vielleicht auch diese Aussage Schätzeisen, weil vielleicht die Leute kein Rösle oder Allgrill haben. Nein, Spaß beiseite. Das ist auch bei ganz vielen anderen Gasgrillherstellern exakt genau dieses Thermometer. Aber es gibt eben auch Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Deswegen prüft euer Deckelthermometer. Wenn es aber funktionieren sollte, dann habt ihr ein Deckelthermometer, das auch die richtige Temperatur ansagt. Es ist kein Schätzeisen. Wenn wir uns jetzt also sicher sind, dass unser Deckelthermometer die genaue Temperatur anzeigt, die es auch messen kann, müssen wir uns fragen, warum sind die Temperaturen am Rost trotzdem anders? Und das liegt daran, dass wir drei Arten von Wärme in unserem Grill haben. Wir haben einmal eine Strahlungshitze oder auch Infrarothitze genannt von unten. Entweder beim Holzkohlegrill von der Kohle, die eine Fläche bietet und die Kohle strahlt unser Grillgut an. Oder beim Gasgrill von unseren Flammschutzblechen, die sich erhitzen und dann eine Strahlungshitze an unser Grillgut abgeben. Und dann haben wir zweitens eine Kontakthitze unseres Rostes, Edelstahl oder Gusseisen, Holzkohle oder Gasgrill, vollkommen unabhängig. Das heißt, da haben wir eine Kontaktfläche. Der Rost wird durch die Strahlungshitze und die dritte Hitzequelle, da rede ich gleich drüber, erhitzt und gibt dann über eine Kontaktfläche das Ganze an unser Grillgut ab. Die dritte Wärmeform, nenne ich es jetzt mal, die wir in unserem Grill haben, ist eine Konvektionshitze. Also Luft, die erhitzt ist. Und diese Luft kommt auch an unser Grillgut ran. Und diese Luft, die kommt oben an unser Deckelthermometer ran. Und das ist das, was das Deckelthermometer misst. Nämlich die Umgebungstemperatur, also die Umluft, die wir in unserem Grill haben, wenn wir zum Beispiel etwas indirekt machen, aber auch wenn wir etwas direkt machen. Wenn wir etwas direkt grillen und das Thermometer direkt über der Kohle ist oder direkt über dem Brenner ist, dann misst das Deckelthermometer nicht nur die Konvektionshitze, also die erhitzte und erwärmte Luft, sondern auch die Strahlungshitze von unten. Was es aber auf gar keinen Fall messen kann, das ist der Rost selber, also die Temperatur am Rost selbst. Und deswegen werden wir jetzt mal vergleichen, wie heiß ist denn welche Temperatur und wie stark weichen diese drei Temperaturen voneinander ab. Wir haben jetzt bei beiden Grills mal alle Temperaturen, die es auch nur irgendwie irgendwo im Grill geben könnte, gemessen mit einer Wärmebildkamera, mit einer Infrarotkamera, mit unseren Messsonden, wo man eine Garraumtemperatur oder eine Kerntemperatur messen kann. Mit den Deckelthermometern selbst auch nochmal und es ist ein ganz klares Ergebnis dabei rausgekommen. Fangen wir an beim Holzkohlegrill, also hier dem Kugelgrill, da haben wir das schnell abgehakt. Wir haben am Deckelthermometer knappe 350 Grad anliegen. Das ist eine Temperatur, die setzt sich zusammen aus der Konvektionshitze, also aus der erhitzten Luft und einer Strahlungshitze von der Kohle selbst. Warum? Weil hier das Deckelthermometer direkt über der Kohle sitzt, also direkt über der Glut. Solltet ihr die Kohle links und rechts vom Deckelthermometer haben oder nur auf einer Seite vom Deckelthermometer, dann zeigt das Deckelthermometer natürlich auch eine geringere Temperatur an. Ihr solltet aber wissen, wo euer Grillgut liegt und natürlich dann dort auch nochmal die Temperatur bestimmen, weil die dann auch ein bisschen höher ist, wenn die Strahlungshitze mit dazu kommt. Diese knappen 350 Grad waren aber nicht die Maximaltemperatur, die hier herrscht, denn die Kohle selbst, die hatte über 500 Grad und hat diese 500 Grad unten, wo das Grillgut liegt, natürlich auch abgegeben. Das bedeutet, wir haben zwar jetzt hier oben am Deckel die aufsteigende Hitze, die natürlich oben wärmer ist als unten, aber die Strahlungshitze ist um ein Vielfaches höher als die Konvektionshitze, wodurch wir unten am Rost eine viel höhere Temperatur haben, denn am Rost hatten wir gut über 400 Grad anliegen. Die Kohle selber hatte gut 500 Grad. Das bedeutet, von Kohle bis zum Rost ist schon ein bisschen was verloren gegangen und bis zur Deckeltemperatur natürlich auch nochmal ein bisschen was, wobei wir da natürlich wieder viel mehr Konvektionshitze haben, die wir aber eigentlich beim Grillen immer nur dann brauchen, wenn wir etwas indirekt machen. Denn Grillen an sich ist so definiert, dass wir eine Strahlungshitze haben, also diese Infrarothitze, die von unten das Grillgut erhitzt. Und das haben wir beim Grillen ja traditionell eigentlich immer zusammen mit einer Kontakthitze von unserem Rost, denn wir wollen ja ein schönes Branding haben beim Grillen. Aber eigentlich ist die Definition des Grillens eine Strahlungshitze von unten, die flächendeckend eigentlich eine Kruste macht. Und das ist etwas, wo der Gasgrill tatsächlich einem Holzkohlegrill erstmal ein Stück weit unterlegen scheint. Weil wir beim Gasgrill ja nicht flächendeckend Kohle haben, die sich erhitzt und auch keine Brenner haben, die sich erhitzen, sondern Brenner, wo letztendlich Gas, ein Gas-Luft-Gemisch ausströmt, was dann verbrennt und somit Luft erhitzt und diese Luft an unser Grillgut rankommt. Das ist allerdings wieder eine Konvektionshitze und keine Strahlungshitze, was bedeutet, dass das eigentlich definitionsgemäß kein Grillen ist. Aber ein Grill hat Flammschutzbleche. Flammschutzbleche, die erhitzen sich und die geben dann eine Infrarotstrahlung ab. Und deswegen reden wir jetzt über die Temperaturen hier bei unserem Gasgrill. Ich habe hier extra eine Brennerabdeckung einmal rausgenommen, also ein Flammschutzblech, um die Temperatur direkt am Brenner zu messen. Und da haben wir natürlich an den Flammen die höchste Temperatur mit etwas über 400 Grad, 450 Grad ungefähr waren das, schwankt natürlich so ein bisschen. Wenn wir uns jetzt die Temperatur an den Brennerabdeckungen angucken, dann ist die ein bisschen da drunter. Die liegt so bei 380, 350 bis 380 Grad Celsius, ist also auch immer noch extrem hoch und gibt natürlich dann diese Strahlungsenergie auch an das Rost ab. Und das Rost ist direkt, wo die Brennerabdeckungen sind, auch bei 320, 330 Grad heiß. Also ungefähr so heiß, wie wir es auch beim Holzkohlegrill haben, nicht ganz so. Beim Holzkohlegrill haben wir etwas über 400 Grad, hier haben wir etwas über 300 Grad, was aber auch vollkommen ausreicht, um ein Steak anzugrillen. Und es gibt natürlich auch noch leistungsstärkere Gasgrills als jetzt hier den Rösle Videro, das ist ein Mittelklasse-Grill. Es gibt natürlich auch noch Premium-Gasgrills, da haben wir dann auch etwas höhere Temperaturen, die wir erreichen können. Der Rösle hat aber noch einen entscheidenden Vorteil, nämlich die Prime Zone, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Etwas weniger Temperatur beim Gasgrill haben wir dort, wo die Brennerabdeckungen nicht sind, also zwischen den einzelnen Brennerabdeckungen. Denn da haben wir eigentlich nur eine Konvektionshitze, die ans Rost rankommt. Das bedeutet, wir haben da so 250 Grad ungefähr am Rost anliegen. Das erklärt auch so ein bisschen die Ungleichmäßigkeit bei einem Gasgrill, weil wir unterschiedliche Hitzequellen hier nutzen, um unser Grill gut zuzubereiten. Bei der Deckeltemperatur hatten wir beim Gasgrill allerdings dieselbe Temperatur wie hier bei unserem Holzkohlekugelgrill auch. Und wir haben ja beide Thermometer vorher geprüft und beide sind exakt gleich. Jetzt hätte ich doch fast die wichtigste Aussage des Videos vergessen, nämlich die Deckeltemperatur eures Gasgrills ist komplett egal. Viele denken immer, die Deckeltemperatur müsste mindestens bei 300 Grad liegen oder mindestens bei 350 Grad. Und an der Deckeltemperatur kann man erkennen, ob der Grill ein guter Grill ist oder ein schlechter Grill ist. Und dem ist überhaupt nicht der Fall. Nach meiner Erklärung jetzt hier aus dem Video wisst ihr auch warum. Denn wir grillen ja nicht mit der Konvektionshitze, sondern wir grillen mit der Strahlungs- und Kontakthitze. Und wenn die hoch genug ist, um bei eurem Steak ein perfektes Branding zu zaubern, dann ist euer Grill leistungsstark genug. Und da ist es komplett egal, was die Deckeltemperatur angibt. Wichtig bei der Deckeltemperatur ist lediglich, dass sie circa 250 Grad wenigstens erreicht. Denn bis zu 250 Grad können wir mit einer Umlufthitze unsere Lebensmittel garen. Aber grillen wollen wir unten mit der Strahlungshitze und der Kontakthitze. Und wenn die heiß genug ist, damit wir Röststreifen an unser Grillgut bekommen, dann ist der Grill zum Grillen geeignet und ihr könnt damit Grillspaß haben. Was die Deckeltemperatur dann sagt, ist egal. Ihr habt nämlich gesehen, unten am Rost können wir ruhig über 400 Grad haben. Das Deckelthermometer zeigt trotzdem nur 330 bis 350 Grad an. Wenn das Deckelthermometer jetzt 250 Grad anzeigt, dann kann es trotzdem sein, dass wir am Rost 300, 320 Grad haben. Und das ist absolut ausreichend. Lasst euch also nicht verunsichern oder irgendwas online erzählen von wegen, das Deckelthermometer, das ist ausschlaggebend, ob der Grill jetzt gut ist oder schlecht ist. Nein, das ist er nicht. Grillt mit diesem Grill einmal oder schaut euch Videos an, wo mit dem Grill gegrillt wird. Und wenn das nachher nach einem Ergebnis aussieht, was ihr haben wollt, dann ist der Grill für euch geeignet. Die einzige Ausnahme, die es hiervon gibt, Ausnahmen bestätigen die Regel, ist Pizza. Aber da kümmern wir uns dann nochmal ein extra Video drum. Das war jetzt viel Theorie, hoffentlich verständlich erklärt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob Fragen offen geblieben sind. Wir werden das Ganze jetzt praktisch einmal mit einem Steak klären und werden das Steak beim Gasgrill, damit es fair ist, auf der Primezone angrillen. Denn das ist ein Keramikbrenner. Ein Keramikbrenner funktioniert ein bisschen anders, habe ich schon mal ein extra Video drüber gemacht. Schaut euch das hier mal an, da bleiben keine Fragen mehr offen. Der arbeitet nämlich komplett mit Infrarothitze, das heißt die Keramikplatten erhitzen sich und geben dann Infrarothitze, also eine Strahlungshitze an unser Grillgut ab. Und damit haben wir dann höhere Temperaturen sogar als bei der Holzkohle. Können den aber so einregeln, dass er dieselben Temperaturen hat wie bei der Holzkohle. Und dann werden wir jetzt mal zwei Steaks auf dem Gasgrill und auf dem Holzkohlegrill vergrillen und werden die gleich blind verkosten. Und dann sagt einfach mal mein Team hier, wir sind vier Leute anwesend, die sagen mal, ob sie einen Unterschied herausschmecken oder ob beide Steaks eigentlich gleich schmecken. Bis zum nächsten Mal. Verkostung ist durch, ihr habt die Bilder von den Steaks gesehen, waren beide wirklich hervorragend vom Branding, beziehungsweise von der Kruste, die Kerntemperatur war auf den Punkt und wir haben alle gesagt, es schmeckt unglaublich geil. Bevor wir also zum Ergebnis der Verkostung kommen, einmal ein ganz großes Lob an EatVenture. Wir haben dieses Steak komplett ohne Salz, ohne alles gegessen, wir haben das komplett aufgegessen. Mein Team hat nicht mal gemerkt, dass das nicht gesalzen war, das war so vollmundig und aromatisch, das hatte ich zuletzt nur bei Sashibief. Und bei Sashibief kommt es vor allem auf die Auswahl der Stücke an und EatVenture schreibt sich auf die Fahne, ebenfalls die Stücke sehr sorgfältig auszuwählen. Und ich kann euch hier mal so ein Unboxing zeigen von den Stücken, die die mir zugesendet haben. Ey, das ist unglaublich, was das für Stücke sind. Also, ganz große Empfehlung an der Stelle, ich verlinke euch das unten in der Beschreibung, mit Rabattcode, 15% bekommt ihr dann sogar. Also, an der Stelle wirklich ganz, ganz große Empfehlung, unbedingt mal ausprobieren. Jetzt aber zum Ergebnis des Tests. Mein Team konnte absolut gar keinen Geschmacksunterschied feststellen. Ein Teil des Teams wusste nicht mal, was wir überhaupt vergleichen wollen. Das heißt, die haben gesagt, ja, was für einen Unterschied soll ich denn rausschmecken? Sag ich, sag ich jetzt erstmal nicht, guck einfach mal, schmeckst du irgendwie einen Unterschied? Und dann wurde so gesagt, boah, ne, vielleicht irgendwie das eine Steak mit Butter, das andere ohne. Ne, das war nicht der Unterschied, also entweder Gasgrill oder Holzkohle. Und da haben sie gesagt, boah, okay, keine Ahnung, ich wüsste jetzt nicht welches. Und dann haben sie versucht zu raten und die Hälfte hat richtig und die Hälfte hat falsch geraten. Aber nur, weil sie geraten haben. Und wir haben wirklich eindeutig gesagt, man schmeckt wirklich gar keinen Unterschied. Damit wir das jetzt aber wissenschaftlich haben, werden wir demnächst mal eine Studie machen mit deutlich mehr Probanden und Doppelverblindung. Weil ich wusste ja jetzt, welches Steak vom Gasgrill, welches vom Holzkohlegrill ist. Und damit kann man natürlich immer so ein bisschen beeinflussen. Und wenn man es wissenschaftlich haben will, dann schließt man diese Störfaktoren aus. Und das werden wir demnächst mal machen. Wenn ihr Bock habt, dieses Video zu sehen, lasst gerne ein Abo da. Was bleibt mir abschließend zu sagen? Ihr habt in eurem Grill, sei es Holzkohlegrill oder Gasgrill, die gleichen Möglichkeiten. Weil Hitze ist Hitze. Aber ihr habt unterschiedliche Hitzequellen bzw. Wärmearten in eurem Grill. Ihr habt die Strahlungshitze, die ihr nutzen könnt fürs Grillen. Ihr habt die Konvektionshitze, die ihr nutzen solltet für indirekte Temperaturen, um etwas gar zu ziehen für Longjobs und so weiter. Und ihr habt natürlich die Kontakthitze von eurem Rost, mit der ihr richtig schöne Brandings erzeugen könnt. Wenn ihr also etwas grillt, solltet ihr wissen, wo welche Temperatur anliegt und welche Hitzequelle welche Eigenschaften hat, damit ihr nachher zum richtigen Ergebnis kommt. Wenn da Fragen offen geblieben sind, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten gibt es hier auf dem Kanal natürlich auch weiterhin Videos mit Tipps, Tricks usw. Anleitungen zum Grillen. Perfekt in aller Ausführlichkeit, mit PDFs, schriftlichen Anleitungen für die Rezepte usw. auf unserer Website. Allen Informationen immer in der Videobeschreibung und ich bin für euch auch greifbar. Das heißt, ihr könnt mir in den Kommentaren was schreiben. Ich lese jeden Kommentar. Ihr könnt mir auf Instagram schreiben oder ihr werdet Teil unserer Grill-Community auf Facebook und tretet der Facebook-Gruppe Die Grill-Community bei. Egal, ob ihr Bock darauf habt oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß am Grill und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.